Weiter geht's mit Watch Dogs und ich hab mich dafür entschieden, wir machen jetzt erstmal die Waffenhandel-Missionen. Weil es interessiert mich, dass da wirklich eine Mission dabei rauskommt. Und ich wollte euch mal fragen, bezüglich der Convoys. Würde euch das interessieren? Also soll ich das aufnehmen, wie ich die Convoys mache, oder kann ich das auch nebenher machen? Weil ich will diese Sniper. Ich will diese Sniper haben. Hallo, dich will ich hacken. Ja, dich. Hallo. Ich will den Typen hacken. Schnauze. Also, ich wollte euch nur fragen, ob euch das interessiert, diese Dinger, wo ich einmal anderthalb Parts, glaube ich, für gebraucht habe, für eine. Haha, ich nehme euch die Brücke weg. Just cause I can. Halt, warte, lasse. Perfekt eingeparkt. Stimmt sogar. Gut. Okay, wie komme ich hier rein? Hm, ich muss da hoch. Ist hier irgendwo eine Kamera? Natürlich nicht. Hätte ich nie eine Kamera sein, wenn man eine braucht. Ah. Ah. Ich komme da noch hoch. Irgendwie komme ich da auch und das ist das letzte, was ich tue. Ich will diese Mission jetzt machen. Was heißt Mission? Ist denn bitte in Chicago los. Die Message ist ja nichts. Ah, es ist dem Schlüssel. Apropos, ich muss hier immer wieder meine Jam-Coms rausnehmen. Falls mich wieder jemand verpetzt. Wir sind hier Blum-Zentrale. Was gibt's? Hallo? Link auf. Bitte wiederholen, die Verbindung ist schlecht. Gott, oh Gott. Niemand verpetzt mich bei Blum. Wie ich hier? Wie ich hier? Okay. Ich muss noch nicht wieder rankommen. Irgendwer ein Verbrechen? Ah, da ist eine Kamera. Gut. Ah. Zu einfach. Einmal umsonst rumgelaufen. Naja, ein bisschen Geld bei Abgeholtem. Ist das Tor jetzt auch offen? Ja, ist das Tor jetzt auch offen. Können wir gleich hier rein. So. Audio-Log. Eine Lieferung wurde geholt, bevor das Ziel sie sich schnappen konnte. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Oh. Man sieht genau, wie viele man von was hat. Waffenkisten? 4 von 7. Wo von Saber? Cool. Cool Sache. So, wo müssen wir uns als nächstes hin? Gucken wir mal, wo wir überhaupt Zugang haben. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Warum muss ich denn auf eine Insel? Lol. Hier scheint es wohl aber nichts mehr zu sein. Wir schauen mal. Okay. Hier? Da ist eine. Da ist eine. Aha! Waffenhandel. Wir schauen, wo der Zug da ist. Oh, der ist hier ganz in der Nähe. Okay, rechts, links und dann sind wir da. Dann fahren wir doch mal kurz mit dem Zug dahin. Oh, 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 oh. Ey, du, du warst böse. Unnötiger Umweg ist unnötig. Danke fürs Kleingeld. Aber besser noch, vielen Dank für den Ruf. Kann ich brauchen. Verhau mir ja meinen Ruf immer wieder. Weil ich außerdem Leute umfahre. Gar nichts dafür. Keine Ahnung, was in Chicago los ist. Wow. Sowas aber auch, ey. Wollt Windhoof einfach mal das Farbschema erinnern und schmeißt mich auf dem Spiel. Danke Windhoof. Sorry, muss mal durch. Wo, wie, wo, was geht. Ah, da geht das. Äh. Y. Ich will dorthin. Oh, ein Gangversteck. Oh, doch. Die machen Spaß. Oh, ein Gangversteck. Oh, doch. Die machen Spaß. Okay. Hey. Ich muss mich nicht mal vom Fleck bewegen. Okay, und wo habe ich jetzt verentriegelt? Ach, hier. Was geht hier vor? Ich mach nur auf. Fünf von zehn. Ach, ne. Ach, zehn sind es und nicht alle haben hier so ein Ding ins Kirchen. Und wie war das jetzt Gangversteck weg? Doch ein bisschen weiter. Mmmmmm. Ich wills aber eigentlich alles machen. Wegwürf-Telefon. Ich wills doch diese Wuffendinger machen. Ehhhh ... Scheine hier aber nicht mehr zu sein. Ich muss echt halten, in den letzten zwei Gebieten sind noch mal fünf Stück You serious? You mad bro? Hier oben sind noch mal fünf Stück You serious? Keiner nur Was soll das? Warum huckt das Ding los? Ähm Aber sonst geht es noch gut, oder? Ist das ein Bug, oder ist das Hier Alarmanlage? Soll ich mir mein eigenes Auto mal überprüfen? Frag dir nach, und du wirst es bekommen Wenn es jetzt auch rupt, dann weiß ich, es ist ein Bug Okay, es ist ein Bug Ich weiß nicht mal, auf welcher Taste man rupt Ah, toller Bug, ey Ich kann keine Autos nutzen Das heißt, nach der Folge darf ich erstmal hier Spiel neu starten Krankenwagen Krankenwagen Bei Fixeraufträge Eine schöne Hupe hast du Ach komm, die leiden, machen wir mal eben Wenn wir schon grad da sind Dieser Typ macht irgendeinen Initiationsscheiß für die Viceroyes Also willkürlich Leute umlegen, um zu beweisen, dass sie sich trauen Ich werde diese Arschlöcher ausschalten Mal gucken, ich hab doch hier so ein bisschen was jetzt Er ist ein USV Ah, nirgends Ich will die USVs Let's have some fun Kommen die nicht näher? Na, irgendwie warten die Ja, das soll mir auch recht sein Was war auf, den Dichter ran, ich kann Alter Alter Okay, wisst ihr was, das wird so nix Es geht mir nur auf den Keks Der lässt einfach seine Karre stehen Jo Na Ich schmeiß mit Granaten um sich Jo, wir helfen euch mal besser Jo, er versucht abzuhauen Achtung, er trägt eine Waffe Boom, chakalaka Hö, wo kommt der her? Boah, komm her, komm, der ist weg Her kam, er ist weg jetzt Oh Mann, das ist echt gut, nein Wow, die Waffe ist stark Wow, die Waffe ist stark Die Waffe ist stark, aber Die USVs sind ganz schön Und die Waffen sind auch oh nein Die USVs will ich haben Fähigkeiten bauen Die will ich haben Die sind awesome Will ich herstellen können Die sind awesome Ich denke das sind geil! Ernsthaft? Das sind geil! Sag mal her, wo ist denn das Gang-Verstack? Ja, ganz weit unten Also ich glaube, so können wir diese Convoys ganz einfach machen! Ich war ja nur... Ich hab gleich mal die Luft gesprengt! Ja, ich hab ne Waffe! Und? Die Würfel! War ich das? Mal gucken, immer noch hupen! Immer noch hupen! Alter! Komm schon, Mann! Das geht mir auf den Keks! Hm! Ernsthaft? Nee, das war... das war Fokus! Ah! Ah! Jetzt geht's wieder! Schön! Das ist der linke Stick drücken! Taste schlag mich tot durch viel! Und kann ich da durch brettern? Nicht da durch! Da durch! Ja, kann ich! Ne, hier ist es falsch! Mal gucken wir hier! Das ging verstecken jetzt eher näher! Das hier glaube ich sogar! Ah! Wie ist das Getute weg! Es ging mir auf den Keks! Es ging mir so aus und dermaßen auf den Keks! Okay, Aiden auf dem Motorrad ist auch awesome! Hat auch was! Man... Es ist zwar eine größere Gefahr, dass man sich voll auf die Fresse haut... Aber... Schaut doch awesome! Naja... Das hier machen wir dann beim nächsten Mal! Bis dahin! See ya Leute!